Ein bisschen weniger Lebenspunkte und Fertigkeitsstärke haben, aber dafür fast das Doppeltanrüstung. Das ist jetzt eine Überlegung. Es nimmt sich nicht allzu viel. Ich habe auch schon Spieler gesehen, die, also auch auf YouTube oder im Stream oder so, die halt mit lila Sachen gespielt haben, weil die Attribute einfach besser waren und die der Meinung waren, dass sie das Talent nicht unbedingt brauchen. Also ich glaube, da gibt es keine Musterlösung für jetzt. Kommt ja auch immer darauf an, was du jetzt vorhast, also in welche Richtung du in den Charakter gehen soll. Wenn du Healer sein möchtest, dann ist die Verbündeten Heilung auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja. Naja, Heal habe ich ja. Kommt ja manchmal mehr mit den Tasten durcheinander, ne? Eigentlich so mein Hauptproblem. Man macht es halt zu selten. Dann stehe ich da, äh, was musst du noch mal drücken? Ach ja, eh. Ähm, ja. Wollen wir auch oder was? Ja, die Lütche ist noch da. Hm. Kann ich ja doch noch ein bisschen in der Darkslung rum stinken. Ja, schon mal einladen. What the fuck, Alter, was jetzt? Du bist mir gejoint. Okay. Wenn ich das richtig gehört habe. Ja. Mach dich mal zum Anführer, weil ich hier noch ein bisschen doof rumstehe. Gut, das heißt, für den nächsten Patch sollten wir auf alle Fälle erstmal die Credits sparen und die Items. Die Credits auf jeden Fall. Die Items nicht, die müssen auf jeden Fall weg. Ne, die Items schon, aber die Sachen zum Bauen meine ich. Naja. Ja, ich baue jetzt auch nichts mehr, ich sammle jetzt auch erstmal. Ja, aber was mich jetzt auf alle Fälle, was die Patchnotes mir sagen ist, alles einsammeln und schrotten. Richtig. Das ist die, weil ich habe bis jetzt alles liegen gelassen, das heißt also, du musst jetzt wirklich alles, selbst grüne Sachen aufheben, alles einpacken und mitnehmen und schreddern. Ja, vorher schreddern, ne? Ja, in der Darkslung kannst du es nicht schreddern, dann kriegst du nichts raus. Naja. Aber du musstest, also in den normalen Inzen, da musst du dann das halt mitnehmen und sofort schreddern, damit du genug Platz hast. Und halt in der Darkslung musst du alles sofort looten und wegschicken. Das ist halt das Resümee, was ich jetzt aus diesem Patchstrawler schon gezogen habe. Ja, weil ansonsten hast du keine, kaum Mats, du kriegst ja nichts zusammen. Du musst ja wirklich jeden Schüssel einpacken und mitnehmen. Du kriegst ja nicht sogar bei grauen Sachen irgendwas dabei raus. Ja, ein grünes, das würde aber schon einmal reichen. Dann hast du wieder ein grünes mehr, kannst wieder ummodeln. Du brauchst 25 grüne für ein goldenes. Ja, aber ich nehme dann lieber 25 grüne, als wenn ich gar nichts hätte, ne? Nicht ganz ehrlich. und ich bin ja schon sehen an dem Krass. Also würde ich nicht mehr so kurz daran sagen, eigentlich war das einfach ein Mensch, da ist es einfach einfach eins. Und dann war das so.